Platz 4. Peter Hane. Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen. Dieses Buch ist ein Musterbeispiel für jenen vulgären Populismus, der als Fluch die westlichen Demokratien zu Beginn des 21. Jahrhunderts heimsucht. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen, nennt der dumpfe Stammtischler Peter Hane sein Pamphlet, um seine Leser auf den folgenden 128 inkonsistenten, wirren und abstrusen Seiten genau für dumm zu verkaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017